happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei redogamble ich spiel heute wieder mich arena ist eigentlich schon ding ins freigeschaltet wir spielen wettbewerb viel spaß die erste runde geht los ich habe ja gerade auch gar nicht gesagt ich habe hier mein hangar wieder neu aufgebaut ich hatte wieder meinen erfolg voll und dann habe ich jetzt diese mech meinen neuen mech hier wie ist der crusher gatecrusher gatecrusher alles noch nicht ja viele k.i.s dabei Die soll uns nicht stören, bei uns und beim Gegner Bislang liegen wir noch in Führung. Sieht schon mal sehr gut aus Go Go Girl ist weg Ach Mist Jetzt rennt der mir noch vor der Linse Easy going die Runde Ah, daneben geschossen Aber ist ja wahr So Dann machen wir weiter mit Inia Mit dem muss ich eigentlich keine Kills oder Schaden machen Mit dem muss ich nur unterstützen Also das heißt also alle einmal anschießen Eigentlich nicht töten aber Passiert schonmal Passiert schonmal So zweimal Upsa Jetzt bin ich runter gegangen Nein Dann muss ich auch nicht mehr sterben Ein Assistent Schön Dann 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 mal so ich hatte beste spieler 34 punkte das ist gut das gefällt mir so kranz ruhig weiter heute bis gleich die zweite runde geht los wir haben mit dem schott aufgehört sie geht es weiter mit jörg ich habe bei denen jetzt auch zwei neue strahlen drin also eigentlich nur einen neuen strahl der andere vergleichen ich glaube schon weiter nach hinten ich mache zwar nicht so viel scham mit denen aber ich möchte trotzdem nicht sterben dann würde ich schon gerne sterben ein bisschen schaden hier aufladen das ist das was ich nicht so beim strahlen mag das laden also was das schießen kann geht schnell allerdings das ist jetzt ganz schnell schießen das geht schnell die gesamte power die da ist das dauert eine ewigkeit dann muss er bis auf 100 prozent aufladen das dauert sehr sehr lang geh mir aus dem weg da ok ok das war die erste runde jetzt nehmen wir lancia lancia ich spiele heute ein bisschen defensiv also ich spiele ja meistens immer defensiv aber jetzt spiele ich ein bisschen mehr defensiv wie sonst ok jetzt bin ich erstmal kaputt kaputt ich will ihn hier nehmen und ja der überlebt da hinten läuft einer rum da läuft einer rum und stecken wir uns weiter da der kiste ja ok ok oh die schießen auf mich was ist doch los hier ja wo sind die denn für Leute vom Leben rasch wir werden ja eh grad richtig in der Ecke getrieben grad bisschen glücklich gewesen oh nice ok hm ich hab ein kill ist ich hab ein nicht mvp vielleicht sich trotzdem noch unter den besten spielern schau mal schau mal also war eine 3 mit tötungen auf den dritten platz ach die nächste quest fertig dritter platz na gut dann würde ich trotzdem mal sagen wir gehen weiter in der nächste runde und viel spaß die dritte runde geht los wir haben hier jetzt schon alle miches einmal durchgespielt und dann fange ich wieder von rechts an 3 2 ach stimmt ich hab ja grad ne neue Farbe und nicht gelb schwarz jetzt hab ich den Dortmund da hier bei mir ach ja was solls Mensch lass mich durch hier oh hehehehe Assistent ach mitgebräucher quillt ach mitgebräucher quillt mitgebräucher quillt ähh ich bin doch gestarrt ähh Scheme guck das zu mir ne so wir haben zweimal gewonnen ach da war ne kiste ein sehr schöner start mhh hat er sich geportet oder was aber ich denke mal die 5 glaub ich verlieren sie das aus oooook oooook oop neja getroffen getroffen ich greife doch ein wenn ich kann greife ich halt ok es geht weiter mit Slimshot wieder ein paar Assis Assis holen Assis? ist das ne Beleidigung? tisch sisch tisch tisch Das war's. Ah, mein Kill. Nein. Bring ihn um. Dann bin ich assig. Genau. Nein. Wie so dumm ist auch was. Schiss, schiss. Die Runde sieht anscheinend nicht so gut für uns aus. Egal, was soll's. Ist ja nur ein Spiel. Jetzt brauche ich wieder Kills. Okay, dann kommt jetzt der Letzte dran. Habe ich also alle zweimal gespielt. Mein Lieber. Schau. Keinen getroffen. Der wird nicht langleben, meiner hier. Ah, ich treffe auch gar nichts. Ach, Mensch. Schon wieder nichts getroffen. Das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Ich hab einen Kill. Drei, zwei, eins. Und, 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 und. Ach, nö. Wieder nicht. Und, 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 und. Oh, nice. Einmal Opfern. Verlängerung. Das ist doch knapp hier. Äh, nee, das war halt für dich. Schade. Aber die letzte Runde war jetzt gerade ein bisschen spannender. Ein bisschen. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, meine zweite Goldmedaille, habe ich die Quest jetzt auch endlich fertig. Tada. Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn da war nichts dabei sein. Bis dann wünsche ich euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020